Die Essenz des Lebens Es war bereits Mittag, als Siphon und die Geisterjäger samt den restlichen Truppen in die Öl eintrafen. Als über den Marktschritten öffneten Bürger neugierige Fenster ihrer Häuser, um die Rückkehr zu betrachten. Eigentlich war es ein Grund für Jubel, doch die verletzten Soldaten und deren ernsten Minen auf ihren Gesichtern sprachen dagegen, weswegen der Zug eher verwundert beäugt wurde. Weder Siphon noch seine Männer achteten auf die Dutzenden von Augen, die sie argwöhnisch musterten. Jedoch Liliana erschien darüber, wenig Erfolg zu sein. Eilig haschte sie mit ihrem Blick umher, um die einzelnen Leute zu erkennen, ehe sie sich nach einigen Minuten nicht mehr zusammenreißen konnte und verärgert ausrief, Was glotzt ihr denn alles so? Habt ihr nichts besseres zu tun? Sprach Mordoch beruhigend und ergriff ihre Hand, woraufhin sie sich zu ihm umdrehte und entgegnete, Was denn? Ist doch wahr! Wir kommen gerade von einem schweren Kampf wieder und die schauen uns an wie die Ölgötzen. Mordoch erwiderte daraufhin nichts, denn er verfiel in Staunen, dass sie gerade den Vorhof des Herzogpalastes erreichten, wo es ein Heer der verschiedensten Menschen versammelt hatte. Darunter befanden sich Distanzkämpfer wie Bogenschützen, Speerwerfer und Schleuderer, aber auch diversen Nahkämpfer wie Schwertkämpfer, Berserker und nicht zuletzt die Samantha-Ritter-Elite, die persönliche Garte und Leitwache des Herzogs, die über Pieken verfügten. Es ist nicht so, dass die Waffen etwas Besonderes oder Einzigartiges an sich hatten. Es war vielmehr die jahrelange Kampfausbildung der Eliten, die sie zu solchen machte. Obwohl sie jeden im Kampf weitaus überlegen waren, so war doch das Hauptaugenmerk und die Hoffnung des Herzoges hauptsächlich auf die Geisterjäger gelegt, von denen sich fast 100 versammelt hatten und so insgeheim die Elite gegen die Untoten darstellten. Auch wenn die anderen Truppen sie zahlmäßig weit übertrafen, so waren doch die Mittel und Wege der Geisterjäger der Schlüssel zum Sieg. Macht Platz! rief Siphon laut aus, als die Gruppe das Heer erreichte, aufhin sich die Krieger in den letzten Reihen umwandten. Als den Oberleutnant mitsamt der Verwundeten erblickten, traten sie eilig zur Seite. Diese Bewegung setzte sich fort, sodass bald eine Schneise zwischen den Männern stand, durch die sich Siphon mit seinen Leuten drängte. So erreichten sie den Ballast des Herzogs, welcher auf der obersten Stufe vor diesen stand, wobei General Boudewan neben ihnen wachte und offenbar seinen Namen nie begutachtete. Als sie jedoch den Oberleutnant erblickte, war zu seinem Blick zornig, doch schnell wischt der Zorn, als er die Verletzten sah. Alle Sanitäter herkommen! Es gibt viel zu tun! rief der Herzog aus, wo aufhin sofort einige Frauen und Männer in weißen Gewändern, welche denen der Kiechen sehr ähnlich waren, zu den Verletzten eilten und diese mit Heimagie behandelten. Dazu glitten sie mit ihren Händen über die verwundeten Stellen, welche darauf unter einen angenehmen, sanften Erwärmen langsam verheilten. So schlossen sich geöffnete Wunden und geborstene Knochen heilten zusammen, sodass es nicht lange dauerte, ehe die meisten wieder fit waren. Zwar waren die Schmerzen noch zu spüren, aber die Verletzungen an sich waren geheilt, sodass die Gefahr für die Verletzten behoben war. Anschließend führten die Sanitäter und Heilerin die, nun wieder Genesenen, Soldaten in ein eigenst dafür vorbereitetes Zelt, auf dem, neben dem Samantha-Emblem, ein rotes Sanitätskreuz thronte. Während sich so um die Opfer der letzten Schlacht gekümmert wurde, trat Zyphorn zu dem Herzog vor und erklärte sich. Herr, ich bin mir bewusst, dass ich meinen bevollen Posten verlassen habe. Jedoch musste ich dringend zu euch zurückkehren, da ich eine schlimme Botschaft überbringen muss. Herzog Flatulenzius lugte an den Oberleutnant vorbei zu den Verletzten, die gerade weggeführt wurden, um seinen Blick daraufhin wieder dem General zu widmen, wobei er besorgt sprach. Das sehe ich. Die Verletzten scheinen meine Befürchtungen zu bestätigen. Er machte eine kurze Pause, senkte seinen Kopf, um ihn wieder zu heben und fordern fort. Sagt schon, seid ihr geflohen oder habt ihr gewonnen? Ich gehe ja wohl recht in der Annahme, dass es zu einem Gefecht kam. Zyphorn nickte, während der strenge Blick des Herrschers ihn durchborde. Eure Annahme trifft zu, mein Herr. Er wiederete Siphorn offen und ehrlich, wobei er hinzufügte. Es kam zu einem Kampf genau an der Grenze zum Reich. Uns standen hunderte von Zombies gegenüber, die von einem Licht geführt wurden, wären diese tapferen Geisterjäger nicht gewesen. Er drehte sich um und deutet mit ausgestreckten Armen auf das Trio. Er ist sich zurückweint und fortfuhr. Ihr den Licht vernichteten, dann würde ich wohl nicht vor euch stehen können, um euch zu warnen. Aus diesem Grund fand ich es richtig, meinen Posten zu verlassen und euch schnellstmöglich von der drohenden Gefahr zu berichten. Ihr habt ein Licht besiegt? Warf General Bodo Wann schnell mit seiner strengen, herrlichen Stimme ein, wobei er einen Schritt vortrat. Sie vernickte und erwiderte darauf, Wenn ich es euch doch sage, obwohl ich eure Frage nicht direkt mit Ja beantworten kann, denn, wie bereits erwähnt, die Geisterjäger waren es. Ihnen gebührt die Ehre. Antwortet der General Kurz und verfiel dann wieder in Schweigen. Oberleutnant Zyphon, begann Herzog Flatulenzius. Ihr habt euch nicht an meinen Befehl gehalten und euren Posten verlassen. Normalerweise nennt man so etwas desatieren und dieses Vergehen wird in der Regel mit langer Haftstrafe im Kerker bestraft. Zyphons Blick senkte sich und besorgt schluckte er, um den Kloß, der an seinen Hals entstanden war, herunter zu schlucken. Doch sein Blick wurde schnell wieder fröhlich, als er die folgenden Worte seines Gebieters vernahm, der, erheitert und mit einem sänftigen Lächeln sprach, aber auf dem Schlachtfeld kann ein Soldat nicht immer stupide den Anweisungen seines Vorgesetzten folgen. Bereits Luce sagte, Loyalität ist das höchste Gut eines Soldaten, nach dem man seinen Wert vermessen kann. Doch Loyalität bedeutet nicht, gedankenlos jedem Befehl zu folgen, sondern es bedeutet, seinem Herren auf jegliche Weise zu dienen. Wenn der Befehl des Herren den Untergang bedeutet oder die Verweigerung des Befehls mehr Nutzen für diesen bringen würde, so darf der Soldat nicht gehorchen, sondern muss seinen eigenen Ermessen folgen. Ihr versteht, was ich damit meine? Syfernick der Leichstadt und antwortete, Ja, mein gütiger Herr. Ihr habt euren Auftrag erfüllt. Es steht euch und euren Männern frei, Bodo Wahn in die nächste Schlacht zu folgen. Unsere Truppen sind bereit und wir müssen unsere Grenzen sichern. Daher frage ich euch, Möchtet ihr mit in den Krieg ziehen? Fragte der Herzog gönnerhaft. Siehe, es war mir eine Ehre. Antwortete Syfern respektvoll, woraufhin der Herzog zustimmend nickte und erwiderte, Dann begebt euch zu eurem Trupp, Oberleutnant. Ich werde gleich den Aufmarsch verkünden. Syfern stimmte stumm mit einem Nicken zu, wie er sich umwandte und zu sein, etwa um die Hälfte reduzierten, Männern zu gehen, die ihn bereits erwarteten. Voran stand Liliana, die neugierig fragte, Und? Und? Wie ist das gelaufen? Eigentlich ganz gut, antwortete der Oberleutnant zaghaft, wobei er das erste Wort verunsichert in die Länge zog, woraufhin Mordach skeptisch wurde und sprach, Mit anderen Worten, ihr habt zwar euren Job nicht verloren, aber dafür euer Leben verpfändet. Liliana drehte ihren Kopf zu Mordach um und blickte ihn verwundert an, doch noch ehe sie eine Frage formulieren konnte, bekam sie bereits die Antwort, welche jedoch von der obersten Stufe der Treppe, genauer gesagt von Herzog Flatulentius kam, welcher sprach, Er machte eine kurze Pause, die so lange andauerte, bis das allgemeine Plaudern aufhörte, eher fortvor, Soeben wurde mir eine Nachricht überbracht, die unser aller Befürchtungen wahr werden lässt. Offenbar planen die heimtückischen Sumpfbewohner einen Angriff auf unser strahlendes Reich. Ein von mir ausgesandter Spähtrupp, der von einem meiner fähigsten Soldaten angeführt wurde, traf an der Grenze unseres Reiches auf eine Hundertschaft von Zombies, die von einem Lich geführt wurden. Durch militärisches Geschick und Tapferkeit gelang es ihnen, den Trupp vollkommen zu vernichten. Doch das macht unsere Sorgen nicht geringer, eher sollten wir uns mehr sorgen, denn unsere Befürchtungen vor einem Angriff waren noch nie größer als jetzt. Eine kurze, rhetorische Pause folgte, die etwa eine Minute dauerte, ehe der Herzog in seiner Rede fortfohr. Um diese drohende Gefahr und die damit wachsende Bedrohung für unser gesamtes Reich zu bannen, habe ich euch hier versammeln lassen. Denn ihr, die ihr alle hier versammelt seid, seid das Schwert und das Schild unseres Reiches. Und der Mann hier neben mir, den ihr alle wohl kennt und der eigentlich keiner Vorstellung bedarf, ist der Mann, der dieses Schwert und Schild an sich reißt, um mit ihnen den Sieg gegen jegliche Bedrohung zu erringen. Er deutete auf Bodovan, der kurz salutierte und zum Gruß seine rechte Hand mit den Daumen zur Stirn zeigend an diese legte, um zugleich mit ihr nach vorne zum Gruß wegzustellen, ehe sie wieder zu sein Unterleib senkte, wo die andere Hand bereits verharrte, um die Rechte zu ergreifen. Die Soldaten taten es ihm gleich und darauf hin nickte Herr Zog dem General zu, welcher mit seiner respekteinflößenden Stimme sprach, Ich bin General Bodovan. Für all jene, die es nicht wissen, mir obliegt die absolute militärische Gewalt und ich bin die rechte Hand unseres ehrbaren Herzogs. Dieser hat mir den Auftrag gegeben, die Untoten zu besiegen. Obgleich mir bewusst ist, dass diese Wesen furchteinflößend sind, so bin ich mir dennoch sicher, dass wir gute Chancen auf einen Sieg haben. Wenn ich mir die tapferen Männer und Frauen ansehe, die sich hier versammelt haben. Da uns die Zeit davonläuft, möchte ich nicht länger um den heißen Brei reden, sondern gleich zur Sache kommen. Wir werden uns zu der Grenze begeben und dort werde ich die Lage einschätzen und Instruktionen erteilen. Es ist mir bewusst, dass einige von euch denken mögen, dass es klüger wäre, die Schlacht auf unserem eigenen Territorium zu führen, da wir diese Gegend besser kennen. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass es dabei jedoch eine Größe zu beachten gibt, die oft vernachlässigt wird. Das Wohl des Volkes. Und dieses wäre gefährdet, wenn wir auf unserem eigenen Territorium kämpfen, weshalb wir versuchen werden, die Schlacht im Sumpf zu führen. Der territoriale Vorteil des Feindes spielt dabei nur eine geringfügige Rolle, der die Geisterjäger, die uns in der Schlacht begleiten werden, über Magie verfügen, um das Terrain begehbar und sicher zu machen. Da meines Erachtens ansonsten keine Unklarheiten bestehen dürften, würde ich vorschlagen, dass wir abrücken. Er machte eine kurze Pause und musterte die Anwesenden, ehe er sprach, Das sollte als Frage gedacht sein. Gibt es irgendwelche Unklarheiten? Ein einfacher Schwertkämpfer meldete sich und rief, Werden wir siegen? Der General musterte den Soldaten und erwiderte daraufhin streng, Und auf wem dient ihr? Leutnant Illes, antwortete der Soldat eingeschüchtert. Lieutenant Illes, erklärt doch im Frischling, Denk hier mal bitte, dass wir über keine Wahrsager verfügen. Gibt es ansonsten noch irgendwelche richtigen Fragen? Es blieb stumm, woraufhin der General rief, Wenn es keine Fragen gibt, Abmarsch! Wobei er das Abmarsch so laut ausrief, dass ein kurzes, erschrockenes Zucken durch die Reihen ging, ehe diese und General folgten, er so gleich voran Richtung Sumpfschritt. Dabei schien die diversen Einheiten ihren Rang sehr gut einschätzen zu können, da die Eliten sich direkt hinter den Generalbegaben und auf diese hin, die Schwertkämpfer und dann die anderen Infanteristen folgten. Den Abschluss bildeten die Geisterjäger, unter denen sich auch unser wohlbekanntes Dreiergespann befand, da es sich von Siphon getrennt hatte, um unter ihren Kollegen zu sein, auch wenn sie diese nicht kannten. Während die Eliten wortlos hinter Bode waren, hertraten, entwickeln sich Regelspräche bei den einfachen Soldaten, deren Nervosität mit jedem Schritt zu steigen schien. Das mochte einerseits an dem Fakt liegen, dass ihnen immer mehr bewusst wurde, dass sie gegen Untote kämpfen sollten, andererseits aber auch an ihrer mangelnden Erfahrung. Zwar mussten sie mehrmals die Woche gegen ihre Kameraden fechten und Trainingskämpfe bestehen, was ihre Kampffertigkeiten schulte, jedoch bewirkte dies noch lange nicht, dass sie mental auf die Konfrontation mit einem Feind vorbereitet waren, der sie, im Gegensatz zu ihren Übungspartner, bei der nächsten Gelegenheit töten würde. So kam langsam Unruhe unter die Männer, welche leicht in Subordination hätte ausufern können, wenn der General dies nicht bemerkt hätte und sich umwandte um sein Heer, welches daraufhin abrupt stoppte, streng zu schallen. Es redet ihr ängstlich wie Waschweiber, ihr Mämmen. Verdammt nochmal, reißt euch gefälligst zusammen, ihr seid schließlich Soldaten. Beschämt gelitten einige Blicke zu Boden, während Bodo war mit, nun äußerst streng wirkendem Gesicht, das sich von der Stirn zur Nase hinab tiefe Falten bildeten, weil er die Augenbrauen zusammenzog, durch die Reihen blickte. So verblieb der Trupp einige Zeit, ehe der General sich wieder umdrehte und über den Markt Richtung Suchschritt, wobei seine Männer ihn jetzt schweigsam folgten. Zwar bewirkte die Ansprache nicht, dass seine Leute ihre Befürchtungen verloren, jedoch bewirkte sie, dass sie ihre sorgenvollen Gedanken nun nicht mehr aussprachen und so ihre Mitstreiter auch noch mit der Angst ansteckten. Lu Che hatte bereits gelehrt, dass die Angst eines Mannes seinen Eifer dämmt, was für ein General schon ein großer Verlust ist, da ein Mann im Kampf ohne Eifer wie ein stumpfes Schwert ist. Es ist zwar da, man zeugt von Präsenz, ist aber jedoch fast nutzlos. Noch schlimmer ist, wenn die diversen Ängste der Soldaten sich durch Weiterverbreitung summieren, denn dann folgt Massenpanik, Subordination und Meuterei und selbst der weißeste Führer könnte dies dann nicht mehr verhindern. Bedacht auf Lu Che hatte Bodo waren nun das Schlimmste unterbunden und seine Leute folgten ihm, wenn auch leicht verängstigt. Die Ansprache des Generals berührte die Geisterjäger jedoch nicht im geringsten, da sie sich nicht angesprochen fühlten. Sie führten ihre Unterhaltungen, die sich hauptsächlich auf eine gewisse Vorfreude bezüglich des Kampfes beschränkten, munter weiter. Im Gegensatz zu den Soldaten, die sich gegenseitig mit diversen Erzählungen und Vorstellungen, was sie denn für Grauen und Leid erwarten würde, verängstigten, stachelten sich die Geisterjäger eher mit blutig ausgeschmückten Ankündigungen an, weil jeder versuchte den anderen zu übertrumpfen. Es erschien mehr wie ein Wettstreit, wer die ausgefeilten Necromorie-Ideen hatte und ob er sie denn auch ausführen könnte. Da war es nicht verwunderlich, dass Liliana munter dabei war zu schildern, wie sie es sinnlich gezeigt hatte und was sie denn noch alles könnte. Mordor hingegen beschränkte sich auf seine eigenen Gedanken, die zwischen dem bevorstehenden Kampf und seiner Zuneigung zu Liliana pendelten. Auf der einen Seite wollte er den Soldaten tatsächlich zur Seite stehen, doch auf der anderen hegte er einen Wunsch, der noch nie so stark war wie in diesem Moment. Er wollte Frieden. Er wollte einfach nur an einem ruhigen Ort, einen See, einen Wald, einen Berg, in einer lauen Sommernacht mit bezaubernden Sternenhimmel sein und mit etwas zu tun, was er vorhin möglich hielt. Nichts. Einfach nichts tun und Stunde um Stunde bis die Sonne hinter dem Horizont versank und dann hinter diesem wieder aufzusteigen, einfach nur Lilianas Nähe zu genießen und sie einfach nur zu spüren und an dem einzigen festzuhalten, was die Endlichkeit überdauerte. Seine Liebe. Dieser prickelnde, unerklärliche Zustand zwischen zwei Sehnsüchten, die Bedeutung in der Bedeutungslosigkeit der fraglichen und ach so fragilen Existenz. Alle Dinge enden, alle Dinge vergehen. Doch wenn das Fleisch von den Knochen fällt, wenn diese anfangen zu bersten, bis von ihnen nur noch Staub übrig bleibt, viele Jahrzehnte, nachdem der Tod einen die Aufwartung gemacht hat, dann ist all das, was sterblich an seinem Leben ist, dahin. Doch die Seele, das Anvorsorium aller Erfahrungen, Gefühle, Erinnerungen und Eindrücke vergeht nicht, denn das ist Energie in Ohrform und jeder Magier weiß, dass Energie nie verloren gehen kann, sondern sich nur verändert. Und diese große Erkenntnis, die Mordoch zuteil wurde, liest nun mal nur einen logischen Schluss zu. In ein Universum der Entropie, wo nicht einmal Planeten ewig existieren, gibt es nur eines, was Bestand hat und damit wertvoller ist als alles andere, die Liebe. Denn was mehr kann diese scheinbare Magie sein, als zwei Seelen, die sich für die Ewigkeit gefunden und miteinander verbunden haben. Von zehn Wolken verdeckt fielen nur wenige Sonnenstrahlen durch die Wolkendecke und fanden den Weg durch die Fenster der Bibliothek, in deren Bibliothekar, von Sorgen hin und hergerissen, nervös die Seiten des Buches umblätterte, welches vor ihm auf dem Tisch lag und dessen Inhalt er nicht ganz aufnehmen konnte, da sein Blick immer wieder auf den Eingangsschlüssel zu seinem Arbeitsplatz fiel, den daran erinnerte, dass ein guter, wenn auch unvorsichtiger, junger Mann jetzt womöglich in großer Gefahr schwebte. Frustriert lehnte sich Buchung in seinen Stuhl zurück und streifte die Brille von seiner Nase, welches zu seiner Brust hinunterglitt und dort verblieb, da dies an einem dünnen Band um seinen Hals hing. Dieser Nummer Porsche stöhnte Buchung auf, wobei er seine Hände ineinander faltete. Der Fairy für ihn wie ein Enkel war, machte er sich große Sorgen, dass er den Nekromanten tatsächlich gefunden hatte und diese ihm irgendein Leid angetan hatte. Auf der anderen Seite war er sich bewusst, dass Fairy ein Luftikus war und es deswegen auch gut sein konnte, dass er einfach nicht daran dachte, dass sich der Bibliothekar Sorgen um ihn machen könnte. Vielleicht wäre es doch besser gewesen, ihn den Schlüssel zu überlassen, damit er eine Verpflichtung hatte, die Bibliothek wieder aufzusuchen. Doch das alles war nur reine Spekulation. Buchung gestand sich ein, dass alles Mögliche in Frage kam und beschloss, bis zum Abend zu warten. Wenn er dann nichts von ihm hörte, wollte er sich nach ihm umsehen. Damit beruhigte er seinen Gewissen so weit, dass er sich wieder seiner Lektüre, die übrigens den Namen auf Du und Du mit deinem Traumgarten trug, widmen konnte. So dass er nach einem kurzen Verschnaufen wieder seine Brille aufsetzte und sich nach vorne lehnte, um weiter zu schmökern. Wenn er gewusst hätte, dass nur eine Tasche unter ihm ein Geisterpärchen dieselben Sorgen hatte, wäre er wahrscheinlich sofort davon geeilt. Einerseits um Fairy und Honoria zu suchen, andererseits um vor der unheimlichen Begegnung zu entfliehen. Tami, der sich gerade ein neues Buch besorgt hatte, wurde langsam nervös, weshalb er zu Lucy, die neben ihm saß, sprach, Wo bleiben Fairy und Honoria bloß? Es ist schon helllichter Tag und sie sind noch immer nicht zurück. Das weiß ich nicht. Ich weiß aber, wer es weiß oder wer es zumindest wissen könnte. Erwiderte Lucy, ohne ihren Blick vom Buch zu heben. Du meinst Buchwurm, oder? Aber den können wir ja schlecht fragen, antwortete Tami, woraufhin Lucy ihren Kopf langsam hob und süßlich sprach. Können wir nicht? Er ist ein alter Mann und du hast ja gesehen, wie die Menschen momentan auf Geister reagieren. Es wundert mich auch nicht, bei dem, was unsere neu gewonnenen Freunde berichtet haben. Antwortete Tami energisch. Dann ist es wohl so. Erwiderte Lucy daraufhin schlicht und senkt ihren Blick wieder, woraufhin einige Sekunden Ruhe herrschte, ehe Tami skeptisch einwarf. Du meinst wirklich, dass wir Buchwurm fragen sollen? Aber wie? Indem wir mit unserem Mund Worte formen und sie in eine logische Reihenfolge bringen, sodass eine entsprechende Frage entsteht. Erwiderte Lucy kühl, woraufhin Tami leicht verärgert antwortete. Eigentlich ist das so eine Situation, wo ich sagen würde, dass du das ja machen kannst, weil es für dich anscheinend total komplikationslos erscheint. Aber ich habe leider die Befürchtung, dass Buchwurm nicht gerade begeistert sein wird, wenn seine erste Begegnung dieser Art mit einem Geist ist, der ihn ohne Rücksicht auf seine Angst mit einer direkten Frage konfrontiert, ohne irgendwelche Erklärungen zu geben. Es ist einfach. Du machst es nur schwer. Erwiderte Lucy offenbar ungerührt. Wobei jedoch Tamis Worte ihr wehtaten. Aus diesem Grund und um zu beweisen, dass sie recht hatte, schwebte sie daraufhin durch die Decke, woraufhin Tami rief, Was hast du vor? Woraufhin sie, Ich zeige dir dein Irrtum. Erwiderte, ehe ihre Füße schließlich als letztes in der Decke verschwanden und sie so das Erdgeschoss erreichte, wo sie auch den alten Bibliothekar sehen konnte, wie er, in seinem Buch vertieft, sich in seinen Stuhl zurücklehnte und das Buch genoss. Tami eilte hinterher, doch als er das Erdgeschoss erreicht hatte, war seine Geliebte bereits bis zum Buch vom Vorgetrung und sprach laut, Ich brauche eine Information. Woraufhin der Bibliothekar überrascht mit einem kurzen Huch zurückschreckte und dabei versehentlich das Buch fallen ließ, während er zu den Lesebrillen von der Nase rutschte und so wieder vor seiner Brust baumelte. Ihr habt mich aber erschreckt, sprach er, als er sich langsam hinabbeugte, um das Buch aufzusammeln, während er noch gebückt war, vorher fort. Was wollt ihr denn wissen, mein? Er sich erhob, das Buch zurücklegte und endlich den Geist erblickte, vor dem er zurückschreckte und mit überraschtem, ängstlichem Blick musterte, wobei er Angst erfüllt den Satz und langsam mit besorgter Stimme vollendete. Lieber Gott im Himmel. Daraufhin gesellte sich Tami neben seine Geliebte und versuchte den Mann schnell mit den Worten Hab bitte keine Furcht, wir sind freundliche Geister. zu beruhigen. Der Versuch gelang und der alte erwiderte noch immer besorgt, Da ist noch eine. So als wenn er seinen eigenen Augen nicht trauen würde. Hört bitte. Begann Tami ruhig, doch er konnte den Satz nicht zu Ende führen. Da Buchform ihn eilig unterbrach, wobei er seine Hände vor sein Gesicht überkreuze, so als wolle er sie schützen. Bitte verschont mich, ich habe doch nichts getan. Ich sagte dir doch, dass er Angst bekommen würde. Wandte sich Tami an Lucy, wobei er seinen Kopf zu ihr drehte und sie vorausvoll anblickte. Dieser wieder den Blick und antwortete kühl, das war reiner Zufall. Es hätte auch gut sein können, dass er genauso tapfer wie Ferry und Honoria ist. ihr ihr kennt honoria? fragte Bufon verunsichert und schien sich langsam zu beruhigen, weil er die Geister verwundert anblickte. Ja, wir sind Freunde von ihnen, so wie ihr, antwortete Tami beruhigend, während Lucy sich beleidigt umdrehte, dass er Rücken zu Bufon zeigte. Ihr seid ihre Freunde wie ungewöhnlich. Sprach Buchwurm überrascht. Eure Freundschaft ist auch verwundernswert. Warf Lucy ein, woraufhin Tami sie mit. Lucy, sei nicht zu unhöflich, er hat dir nichts getan. Schalte. Natürlich nicht, er hat uns nur herabgewürdigt, so als wenn es etwas Schlechtes wäre, einen Geist als Freund zu haben. Und das von einer Spezies die sich Haustiere zu ihrem Vergnügen und zur Maximierung ihres Wohlbefindens hält. Verwundert musste der alte Mann den Rücken, der sich in Darbut eher sprach. Verzeiht, so war das nicht gemein. Es ist nur die Freundschaft mit einem Geist ist nicht gerade das Gewöhnlichste. Aber wenn ich es so recht bedenke, ist es gar nicht so verwunderlich. Als Parapsychologe kann man bestimmt auch eine Menge interessante Bekanntschaften auf der anderen Seite des Diesseits machen. Töntes nur kurz von Lucy. Tami winkte ab und sprach mit einem Lächeln Ihr müsst sie bitte verstehen. Sie ist eine zarte Seele. Das meint ihr sicher wirklich? Entgegnete der Bibliothekar mit einem Schmunzeln, was Tami erwiderte. Auch Lucy konnte nicht anders als ein Grinsen auf ihre Lippen zu zaubern, doch sie verbarg es, indem sie regungslos verharrtte. Nun sagt bitte was ist mit Ferry und Honoria geschehen? fragte Buchum eindringlich, wobei sie seine Stirn sorgenvollen Falten legte. Das wollten wir euch eigentlich gerade fragen. Gestand Tami eher fort vor. Er wollte gestern Abend zu euch gehen, um den Aufenthaltsort von dem Nekromanten zu finden, der das eine Buch nicht zurückgegeben hatte. Ja, Ferry und Honoria waren gestern tatsächlich bei mir und haben sich danach erkundigt. Ich habe ihnen natürlich den Weg beschrieben und sie hatten sich auch gleich aufgemacht. Und wohin? Warf sie ein, ohne sich umzudrehen. Junge Dame, eure Manieren gefallen mir gar nicht. Erwiderte Bufo vorwurfsvoll und eindringlich eher charmant fortvor. Es würde mir große Freude bereiten, wenn ich mich mit eurem bezaubernden Antlitz unterhalten könnte statt mit eurem Rücken. Sie drehte langsam, fast in Zeitlupe, ihr Kopf zu dem nett grinsenden Bibliothekar um, der durch diese Mimik noch mehr wie ein guter alter Großvater wirkte, ehe sie schnippisch erwiderte, und ich würde mich gern mit einem jungen, starken und gut gebauten Krieger unterhalten, aber man bekommt halt nicht alles, was man will. Sie machte nur eine kurze Pause, die sie dafür verwendete, ihr bis dato arrogantes und kühles Lächeln ein ehrliches, teilnachsvolles und warmes zu verwandeln, ehe sie fortvor Mit diesen Worten drehte sie auch noch ihren Körper um, ehe sie höflich fragte, Bezüglich dieses höflichen Tones zu einem Fremden machte Talmy ein sehr überraschtes Gesicht, wohingegen Bufo zufrieden lächelte und einem sanften Dicken antwortete, so gefällt ihr mir viel besser, der Nekromant lebt in einer Erdhöhle am Rande des Herzogtums ganz nahe beim Sumpf, ihr findet seinen Unterschubf, wenn ihr immer der Seitenstraße von die nachdem ihr die Hauptstraße erreicht habt, in dem ihr die Bibliothek zu eurer Linken von euch lasst, von der Hauptstraße links abgeht und und dann nachdem ihr einen Friedhof passiert habt, einfach kurz vor der Grenze aufhört. Danke antwortete Tami höflich und fügte mit besorgter Miene hinzu Was wisst ihr über diesen Nekromanten, diesen Omulan? Ist er gefährlich? Buchwurm zog mit den Schultern, wobei seine Brille auf die Nasenspitze vorrutschte. Als es sie wieder zurückgeschoben hatte, antwortete er etwas verklemmt? Ich weiß es nicht, jedes Wesen kann gefährlich sein, ob es sich um einen tobenden Licht oder einen einfachen Nekromanten handelt. Die Todesmagie ist wie jede andere Form der Magie auch in den richtigen Händen kann man das Leid der Welt mit ihr mindern, doch in den falschen Händen ist sie ein zerstörerischer Fluch. Tami stützte sich auf den Tisch auf und ließ dabei den Kopf hängen. Aufhin muss sie ihm von hinten tröstend ihre Arm um den Hals legte und mit ihren Händen zu seiner Brust hinab strich. Tami jubed daraufhin seinen Kopf und sprach Wenn wir schon nichts wissen, dann müssen wir auf das Beste hoffen und mit dem schlimmsten rechnen. Lucy löst die Umarmung und Tami schwebte wieder auf rechten Hauptes, er hinzufügte Ich Ich danke euch für euer Vertrauen Buch wo wir werden unser Bestes geben um unsere beiden Freunde zu finden. Mit diesen Worten wandten sich die Ich mache mir um die beiden immer so große Sorgen. Tami und Lucy hielten inne, als sie diese Worte hörten und wandten ihre Köpfe um. Wir werden euch Bescheid sagen, sobald wir mehr wissen. Sprach Tami um die Bibliothek anschließend zu verlassen. Lucy hielten noch kurz inne und fügte hinzu Ich kann gut verstehen, dass ihr euch um diese beiden öfters Sorgen machen müsst. Ehe sie ihren Geliebten folgte, sass sich beide vor dem Eingang trafen, während Bufon zurückblieb und sich weiter seiner Lektüre widmete. Da fällt mir gerade ein, begann Tami. Es ist ja Tag, wir können uns nicht unsichtbar machen. Dann machen wir es halt so wie letztes Mal, wir umgehen die Menschen einfach. Er erwiderte Lucy gelassen. Sie sprach diesen Satz funktionieren musste. Tami wirkte nicht so überzeugt, jedoch wusste er, dass ihnen keine andere Wahl blieb, wenn sie sich jetzt aufmachen wollten. Und da es keine Zeit zu verlieren gab, willigte er ein, dass sie gemeinsam immer darauf bedacht nicht gesehen zu werden, zu der Seidenstraße schwelbten, an der Ende sich die besagte Höhle, der Kommanden befinden sollte. Tami und Lucy trafen so wenig bevölkert, dass er meinen konnte, dass sie ihren Namen zu Unrecht trug. Was ist denn hier los? Warf Tami ein, der sich mit Lucy hinter einem Baum versteckt hatte und nun um eine Kurve lugte, welche die Hauptstraße machte. Dies tat er, um sicher zu gehen, dass sie keiner sehen konnte. Auf einmal huschte aus ein Haus ein Knabe vöel springend heraus, der höchstens zehn Jahre alt war. Es war daher wenig unverwunderlich, dass schließend hinter sich verschlossen. Tami deutete Lucy an, sich zu verstecken, indem er seinen Zeigefinger hob und Wand mit diesen wedelte. Es war sehr praktisch, dass ein etwa hüfthohes Gebüsch die beiden Geister noch zusätzlich tante, da Tami so in gebückter Haltung durch die kleinen Freiräume des Gebüsches blicken konnte, wodurch er sah, dass die Kleinfamilie auf sie zuhielt. Tami zog Lucy vorsichtig herunter, dass sich beide Geister im Gebüsch gut verstecken konnten. Oftmals wird geglaubt, dass Bücher eine gute Versteckmöglichkeit für Räuber und Diebe sind, aber in näher Betrachtung erscheint das sehr fraglich, damals Dieb damit einigen Problemen fest rechnen muss. Das erste Problem ist der Geräuschfaktor. Ein dichtes Gebüsch bietet zwar guten Sichtschutz, aber gerade weil es so dicht wird das auffällig, wenn sich nur gerade dieses eine Gebüsch, in dem sich die fragliche Person versteckt, lautvoll im Wind wiegt, während alle anderen relativ leise sind. Das zweite Problem ergibt sich auch mit der Dichte des Gebüches. Denn wenn der Dieb sich in dem Gebüsch erst einmal versteckt hat, so muss er auch erst einmal wieder heraus kommen, denn darin besteht seine simple Taktik, eine plötzliche Überraschung, die ihm die Überhand gibt, während seine Opfer erst einmal unter Schock stehen und einige Sekunden brauchen, um die neue Situation erst einmal zu analysieren. Daher ist auch diesbezüglich ein Gebüsch kein gutes und erst recht kein ideales Versteck. Viel eher wird statt des erhofften Überraschungsmoments folgendes eintreten. Der Räuber sieht seine Opfer, die sich ihm unwissen der drohenden Gefahr näher. Leise und still wartet er ab, wobei er darauf vertraut, dass alle möglichen Geräusche, die er verursacht, da kein Mensch lange bewegungslos ausharren kann, dem Wind zugeschrieben werden, bis das Ehepaar, welches er als sein Opfer auserkoren hat, nur noch ein Sprung aus dem Gebüsch weit entfernt ist und dann springt er los. Halter sich dabei mit seinen Füßen und den vielen kleinen Zweigen, die wie Schlingen wirken und ihn zu Fall bringen, dass er hilflos nach vorne plumpst, dass sein Oberkörper und Kopf auf dem Boden liegen, während die Beine und Füße irgendwo im Gestrüpp hilflos umherzappeln, während ein nun sehr belustigtes Ehepaar lachen an ihn vorbeischlendert. Wenn er Glück hat, sind sie sogar noch so hilfsbereit, dass sie einige Wachen rufen, die den gescheiterten Kriminellen dann schnell aus seinem misslichen unfreiwilligen Gefängnis befreien, um ihn anschließend in ein freiwilliges aus Eisenstangen und Steinwinden zu befördern. Dieses vermeintliche Schicksal konnte auf Tami und Lucy jedoch nicht warten, nicht weil sie keine Diebe waren und ein solches Schicksal nicht verdient hatten, sondern weil sie als Geister auf ihre Körperlosigkeit zählen konnten, die nicht nur besser zu verbergen war, sondern auch jegliche physikalische Bewörung ausschloss, so dass sie nicht auf die Naivität der Leute zu hoffen brauchten, wenn sie sich in ihrem Versteck bewegten. So kam es, dass sie sich lautlos und fast unsichtbar in dem Gebüsch versteckten und abwarteten, bis aufgeregt. Ganz bestimmt, so hat es zumindest der Herzog verkünden lassen, antwortete die Mutter ruhig. Wenn unser Herzog das sagt, wird das auch so sein, sprach der Mann streng. Wir sollten uns beeilen, wir sind schon spät dran. Ich freue mich schon auf die vielen Ritter und ihre Kämpfe, es sollen dies sogar Elite Wochen des Herzogs dran teilnehmen. Er wieder die Frau erfreut und machte einen verträumten Eindruck. Das ist doch alles nur Show. Ich kämpfe noch nicht wirklich, das ist alles abgesprochen. Erwiderte der Mann. Danach entfernten sich die Stimmen, wurden leiser und verstummten schließlich. Tami hob vorsichtig seinen Kopf und lugte aus dem Busch hervor. Er konnte die Passanten nicht mehr sehen. Ein Blick in die andere Richtung an dem Baum vorbei verriet ihn, dass er mit Lucy alleine war. Deswegen sind die Straßen alle so leer. Die Leute sind alle beim Palast des Herzogs, um sich die Ritterspiele und Kaukler anzuschauen. Doch warum sollten heute irgendwelche Festivitäten stattfinden? fragte Tami verwundert. Eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder heute ist irgendein Festtag oder es ist Brot und Spiele. Antwortete Lucy gelassen. Brot und Spiele? Hakte Tami verwundert mit einem Stirnrunzel nach. Ein Begriff aus der Antike der Rehmler. Immer wenn ein Aufstand eine große Steuererhöhung infolge von Finanzarmut oder irgendeine andere Krise für den Staat drohte, rief der Herrscher Spiele für die Bürger aus und verteilte an diese Nahrung vornehmlich Brot, woher sich diese Redewendung ableitet. Das machte er, um die Leute zu beruhigen und sie ihre Sorgen vergessen zu lassen. Als Lucy das Kühler klärte, öffnete sie ihre Augen weit, so als wenn ihr gerade in Erleuchtung gekommen wäre und drehte ihren Kopf langsam zu Tami, der auch die Augen weit aufgerissen hatte. Du denkst auch, was ich gerade denke? fragte dieser langsam unbesorgt. Wir müssen Ferry und Honoria finden, antwortete Lucy eindringlich nach einer Pause von wenigen Sekunden. Daraufhin prüfte Tami noch einmal die Lage. Er konnte niemanden erblicken, weswegen er Lucys Hand ergriff und sie ihren Weg fortsetzten. Ohne auf eine weitere Seele zu stoßen, erreichten sie die Nebenstraße. Als sie diese langsam entlang schwelten, bis endlich eine Sackgasse zu erkennen war, sahen sie in der ferne drei reglose Weite Lots halten, um diese schnell zu erreichen. Halt 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 Halt